Finnische Eiche. Schauen Sie sich das mal an, keiner nimmt ihn richtig ernst, und dann haut er das hin, der drehte weg, der drehte weg, und dann unter Kanzelatte, reines Vergnügen, Caio, unglaublich. Oh, oh, was für ein Tor, Leckmo, ich sag's nicht. Schreier-Leber-Klose. Danke! Unglaubliches Tor von Caio, also das hab ich schon lange in die Menge gesehen, also da stand gerade die Gänsehaut auf Halt 8.